ich grüße euch ganz herzlichst hier bei uns im elbe lotusblüte tv mein name ist sanara angelika und ich möchte euch heute wieder einladen mit mir gemeinsam ja vielleicht mal wieder eine erfahrung zu machen die dich mehr in deine kraft und in deine energie bringt ja was heißt ist eigentlich in die kraft in die energie zu kommen wir befinden uns ja jetzt gerade in einer ich sag mal sehr angespannten zeit in einer zeit die uns allen atem hält und das sogar weltweit und das schon geraume zeit ja erleben natürlich verbreiten sich auch und das mit recht möchte ich sagen auch viele ängste viele sorgen und sogar existenz ängste werden greifbar was auch zu verstehen ist und darüber hinaus verfallen auch viele menschen in depressionen es ist zwar alles schön und gut gesagt dass man sagt mach das beste aus dem leben und versuch natürlich immer für dich das bestmöglichste herauszuholen jedoch erleben ich kann euch echt sagen so einfach ist es auch nicht man muss schon wirklich viel für sich tun um wieder in eine normalität hinein zu kommen in erster linie natürlich auch gesund zu bleiben gut auf sich aufzupassen das ist ganz wichtig und natürlich auch ich sag mal in eine normalität des eigenen lebens zu kommen wie man das am besten machen kann dazu lade ich euch heute ganz herzlichst ein und zwar mit mir gemeinsam eine reise zu machen eine reise in die natur eine reise die dich wieder in deine kraft in deine energie bringt und diese reise kannst du immer wieder wenn du magst sogar jeden tag für dich natürlich erleben und gerade diese reise in die natur ist etwas wo wir alle ganz ganz viel von erfahren dürfen für den körper für die seele für unseren geist ja also wenn ihr bereit seid lade ich euch herzlichst ein dann geht's einfach los ja ihr lieben und nun geht's los wir gehen gemeinsam auf eine reise eine reise in die natur und dazu lade ich dich jetzt ganz herzlichst ein und damit wir erstmal wieder in unsere ruhe kommen lade ich dich ein jetzt wieder dich auf deinen atem zu fokussieren das heißt du atmest durch die nase tief ein und lässt dann jeglichen druck laut über deinen geöffneten mund raus das machen wir jetzt mal gemeinsam also durch die nase einatmen und aus dem mund raus diese atmung kannst du für dich mehrfach hintereinander machen und du wirst merken dass du dann in deine ruhe kommst jeglicher druck fällt erstmal von dir ab und du kommst in deine ruhe und so soll es sein und jetzt schließe deine augen und lass dich einfach mal entführen auf dieser reise in die natur ich lade euch jetzt ein mit mir gemeinsam in einen wald zu gehen in einen wald der vielleicht gerade in deiner nähe ist und wenn wir so über den waldboden gehen spürst du die alten blätter des winters noch unter deinen füßen wie sie knirschen und auch mal das moos das sich jetzt auch unter deinen füßen ganz weich und sanft bemerkbar macht ja und wir gehen jetzt so durch den wald lauschen den vogelstimmen wie sie zwitschern denn der lange winter ist jetzt vorbei und die wärmenden sonnenstrahlen die locken uns hinaus hinaus in die natur um uns wieder aufzutanken aufzutanken mit neuer kraft und mit neuer energie ja und wie wir so den weg im wald entlang gehen sehen wir vielleicht noch einige tiere die gerade mal so an uns vorbeiruschen es ist so schön ja auch den duft im wald zu riechen wie herrlich riecht das laub die bäume wir spüren den leichten wind der sich durch die baumkronen hindurch schwingt und die wärmenden sonnenstrahlen es ist so angenehm jetzt im wald zu sein gemeinsam mit den vögeln mit allen tieren die sich so im wald tummeln um einfach mal wieder bei sich zu sein verbinde dich einfach mit den vögeln mit allen tieren mit den bäumen mit dem wind und mit der sonne und sei ganz bei dir ganz bei dir sein das ist so wichtig und nun suche dir mal einen baum aus der dich jetzt gerade anspricht schau dich um und gehe auf deinen baum zu der dir jetzt ein zeichen gibt und umarme diesen baum mit deinen armen und lege deine stirn an seine harte rinde spüre und fühle sie und fühle diesen baum mit den füßen mit den füßen deinen fußsohlen spürst du sogar die wurzeln die kräftig starken wurzeln des baumes und so verbinde dich jetzt mal mit diesen baum mal mit diesen baum atme tief den duft des baumes ein und nimm ihn wahr nimm ihn einfach wahr so wie er jetzt da steht und spüre seinen starken stamm die knorrige rinde spüre wie dieser baum sich dir jetzt zeigt und was er dir sagen möchte dieser baum steht schon sehr lange im wald und hat schon vieles erlebt und je mehr du dich jetzt mit diesem baum verbindest umso mehr wirst du eins mit diesem baum lausche mal auf die vogelstimmen die sich gerade so im baum jetzt zeigen unterschiedliche vogelstimmen die jetzt ihr liedchen singen einfach mit der natur verbunden sein der baum ist natürlich jetzt bereit in seine kraft zu kommen nach der langen winterszeit in der er sich ausgeruht hat darf er jetzt wieder neu auftanken seine blätter zu bekommen ganz zart und spriesend kommen dann die ersten blätter vielleicht auch die knospen und die krone des baumes wiegt sich leicht im wind und genießt die fermenden sonnenstrahlen und du bist jetzt verbunden mit diesem ach so starken kräftigen baum fühle und spüre diesen baum spüre die kraft die jetzt von ihm ausgeht und nimm diese kraft für dich wahr was sagt dir dieser baum was will er dir zeigen dieser baum hat allen stürmen die sich ihm immer wieder gezeigt haben widerstanden jegliches wetter das je auf ihn heraufgeprasselt ist hat er widerstanden er steht da ganz stark und kraftvoll und er möchte jetzt seine kraft auf dich übertragen damit auch du wieder in deine kraftvolle energie kommst und bereit bist auf ein neues leben ein leben jetzt was dir energetisch viel kraft und zuversicht gibt nimm diese kraft wahr höre das was der baum dir sagt und nimm seine kraftvollen wurzeln wahr die sich jetzt durch deine fußsohlen in dir ausbreiten und dich mit seiner kraft durchfluten spüre auch die mutter erde auf der du gerade stehst wie den baum so wunderbar umschließt und ihn trägt und sie trägt auch dich gibt dir kraft gibt dir energie gibt dir neue zuversicht du kannst solange wie du magst dich mit deinem baum verbinden Du kannst doch mit ihm reden, wenn du etwas hast, sprich es aus, er hört dir zu und du wirst merken, dass er dir sofort auch antwortet. Es bleibt dir überlassen, ob du ganz still dich mit deinem Baum verbindest oder ob du mit ihm sprichst. Wir alle können von der Natur immer wieder viel lernen, viel erfahren, denn die Natur zeigt uns ganz deutlich, wie kraftvoll sie immer wieder aufs Neue erblüht und gedeiht. Und auch das können wir, wir Menschen. Schau mal auf die Tiere, schau mal auf die Blume, auf jeden Baum. Schau dich um und erkenne, wie kraftvoll die Natur ist und wie kraftvoll sie immer wieder allen Stürmen trotzt. Und auch das können wir, allen Stürmen des Lebens trotzen und mit neuer Kraft und neuer Energie wieder ins Leben zurückzufinden. ins Hier und Jetzt und dann auch mit neuer Kraft und Energie wieder das Leben zu meistern. Und sich zu erfreuen, dass wir da sind, dass wir leben, dass wir gesund sind und bereit sind, auch allen Menschen im Miteinander auch zu helfen, dass wir bereit sind, die Hand auszustrecken und zu sagen, ich bin für dich da, so wie die Natur es uns vormacht. Ja, atme noch mal den wunderbaren Duft ein, den Duft des Waldes, den Duft des Baumes. und lausche den Klängen, die Du jetzt im Wald wahrnimmst, von allen Tieren, von allen Bäumen, vom Wind, von allem, was da ist. Und nun verabschiede Dich jetzt von Deinem Baum und begebe Dich wieder auf den Weg, dem wir gekommen sind. Du hast die Möglichkeit, jederzeit wieder zurück zu kommen und jederzeit natürlich auch Deinen Baum zu besuchen und jederzeit Kraft und Energie zu tanken. Und wenn Du magst, kannst Du jetzt Deine Augen öffnen, einfach wieder bei Dir sein. Ja, und nochmal in Dich hineinfühlen, was macht es gerade mit Dir? Was tut sich gerade? Wie zeigt sich die Energie und die Kraft, die Du gerade eben noch, ja, erfahren hast, bedankt hast? Nichts ist schöner, als in der Natur Kraft zu sammeln und Kraft aufzunehmen. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlichst. Ich freue mich auch, dass Du dabei gewesen bist auf dieser herrlichen Reise in den Wald, eine Reise in die Natur. Und Du kannst jederzeit, so wie Dir gerade danach ist, diese Reise für Dich wiederholen. Und Du wirst merken, die Kraft und die Energie in Dir wird immer stärker und kräftiger werden. Und so wie Du bist, kraftvoll und energievoll, so strahlst Du natürlich auch nach außen aus. Und das ist das Schöne, dass wir das immer wieder auch nach außen ausstrahlen. Und das ziehen wir auch wieder an, Kraft und Energie. Ich bedanke mich jetzt von Herzen, dass wir gemeinsam diese Reise gemacht haben. Bedanke mich mit einem Namaste. Mein Göttliches grüßt das Göttliche in Dir. Deine Sandra Angelika Deine Sandra Angelika Untertitelung des ZDF, 2020